Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eurotrack Simulator Heute werden wir einen Auftrag nehmen, aber nicht so weit, als es geht Okay, die sind alle weit Dann gucken wir mal her, bei den Aufträgen gibt es hier was dabei So, 3, 43, das geht noch Cool, 2, Jovem Okay, noch am Dortmund So, bringt zwar nicht so viel Oh mein Gott So 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 und der Auftrag bringt zwar nur 4582 Euro, aber egal Hauptsache bisschen was so wir fahren auch aktuell so bei anderen Speditionen mit bei Convoys, wir machen auch eigene Convoys aber am meisten ist in den anderen Speditionen aber wir tun auch umso mehr Fahrer wir haben und so mehr Convoys machen wir die Regeln mal zur Erinnerung es wird nicht beleidigt man bleibt anders freundlich zueinander und die anderen Regeln könnt ihr euch ja durchlesen an der Webseite so 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 noch 197 Kilometer so 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 Irgendwann gibt es einen Livestream, aber wir wissen nicht wann, wir sind noch am Planen und so, aber wahrscheinlich nicht so gut. Das tut mir arg leid für euch, aber ich wollte eigentlich kein Unfall bauen. Ich meine, kann man ja noch hyperieren, so ist es ja nicht. So, ist doch wieder hyper. Dafür sind wir halt jetzt. Aber ich bin schon wieder da. Wir sind nur hier im Spiel, ich weiß nicht, dass Speedfire auch der Minus sind. So. Geht eh! Habt ihr nicht gesehen? Das dürft ihr nicht nachmachen. Oder das solltet ihr besser gesagt nicht nachmachen, weil wenn ein Auto von der anderen Richtung kommt, dann ist es halt auf... ...und... ...das solltet ihr auch besser nicht machen. Langsam durch den Kreis und schön die Auffahrt, wie man hin muss. Also was ich auch sagen wollte, wir machen auch Geburtstagskonvois. Und ja... Sonst machen wir eigentlich nix. Das Loch fahren miteinander. Auch wenn keine Kunden weiß, sondern wir fahren auch manchmal zusammen. Und... ... 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 Eine Sache muss ich noch sagen, also zum Thema Tourismusmonat, ich spiele da aus Zeit, also es kommt eigentlich immer ab, aber jetzt kommt halt Minecraft zur Firma, weil Minecraft ist ja auch schön, da bauen wir halt in, weiß nicht, Haus oder so, ich zeige euch mal in dem Minecraft, aber Minecraft wird es nicht immer bezeigen, aber ja. Es sind noch 90 Kilometer, okay. 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 Oh, 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 oh. Joa, also die Website wird immer schöner und ferner, wir suchen halt auch einen Website-Bearbeiter und welche Kontoreiser für, wie nennt sich das, Disponent, oder mehrere, je nachdem und joa, wir sind ja auch schon fast da und joa, also ich mein, jetzt gibt's, weiß ich nicht, nicht pro Tag, sondern manchmal gibt's zwei Videos pro Tag und das ist halt hier der Fall, das Video davor seht ihr ja auch, und joa, Joa So Noch 90 Kilometer Und dann war's das auch für heute mit dem Video ist So 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 So. Das war's auch dann mal wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal und lasst mir ein Abo da und ein Like nach oben und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.